Hallo Nia, hallo Cole, hallo Sensei Wu, ich gehe auf Feuerholzsuche. Gamadon muss sich echt einen guten Plan ausgedacht haben, um meinen goldenen Hut zu stehlen. Ja wirklich, Sensei Wu, das stimmt. Mimo Mip, Gamadon, die Ninjas sind im Tempel auf der Spur, am Tempel ist ein Kristall versteckt. Oh, diese lästigen Ninjas. Geht los Luftpiraten und sucht die Ninjas. Darum ist die Tür verbarrikadiert. Ja, warum? Hier ist eine Karte, da ist aufgezeichnet, dass der Kristall hier im Tempel ist. Die sind ja schon weg. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen Gamadon fragen. Ja, warum? Ja, warum? Untertitelung des ZDF, 2020